Ich seh genau gar nichts. Geh mal Schalter. Ja! Mach mal andere Kamera. Mit R. Ja, du bist auf dem Schalter. Schau nach unten. Wo bin ich? Spring mal nach vorne einfach. Nein, mein Gott, es sieht aus wie Kaiser Mario 65. Hey Manu, hast du schon das Neueste gehört? Ja, was denn? Mario Odyssey ist rausgekommen. Kommt sie einfach so mit meiner Katze. Ja, wir spielen. Oh mein Gott, es ist doch das neue Mario Odyssey auf der Switch. Ja. Gott sei Dank habe ich jetzt eine Switch. Ja. Jetzt kann ich Breath the Wild spielen ohne anderes Zeug zu löschen. Okay, geh mal in die rechte Welt. Geh mal in den Wupps, 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 wupps. Der beste Name auf der Erde. Ich vergesse den Tava jedes Mal und deshalb bin ich in der, und deshalb bin ich in der. So also für alle nochmal Niki spielt jetzt. Let's go. Nein, ich will nicht spielen. Und wenn er stirbt oder einen Stern einsammelt oder wenn er stirbt, bin ich dran. Und so weiter. Viel Spaß beim ersten Stern. Ich hoffe der Ingame-Sound ist diesmal leiser als bei Mario Kart. Das war dezent, unpassend. Mein Gott, diese Augen. Dieses Texte-Pack ist so wundervoll. Das war wunderschön. Ich bin dran. Alles klar. Alles klar. Alter, wenn Mario Party 65 rauskommt, ich werde sowas von auch let's playen mit dir. Da können sogar drei und vier Spieler teilnehmen. Das ist wunderschön. Das ist wunderschön. Soll ich den Kannelless machen oder nicht? Mach den Kannelless mit einer Karte. Geh in den Stern. Nein, das geht leider nicht. Was ja auf jeden Fall sinnvoll ist. Aber man kann hier so... Oder auch nicht. Wieso schau ich überhaupt bei X-Plates? Ich bin das gewöhnt von vorhin bei Mario Kart. Ich kann ja jetzt einfach hier... Ich kann ja jetzt einfach failen. Also beim Kannelless Run wäre das definitiv unangebracht gewesen. Okay, scheißegal. Wir machen einfach die... Ah! Wir machen einfach die Strategie, wie es von Nintendo gedacht wurde mit dem Wump. WTF? Die sehen einfach aus wie die Wump. Ja, geh mal mit dem in die Kappe rein. WTF? Was ist denn das halt? Moment. 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 Nein. Ja, Ease. Ich kann ihn nicht mal wirklich steuern. Ah, was ist denn das? Geh weg. Ich habe Angst vor dir. Ich benutze dich höchstens, um hier hochzukommen. Nimm ihn. Oh, du willst mich aufwicken? Hast du Stress am HB? Aber nein. Das ist auf jeden Fall sehr schwer. Ich bin seine Eier. Er hat eine Eierkappe. Eingeh weg. Ah, ich wollte eigentlich jetzt diesen coole Glitch machen, der hier funktioniert so. Danke. Das ist ein wunderschöner Stern. Der 8. Stern in 2, 3 Minuten. Zum Glück ist das hier kein Speedrun. Easy Nicky ist am Zug. Genauso wie beim Jay. Nein, der ist leider tot. Das ist ein Duell. Guck, seine Augen, dann sind voll trippet. Eingeh weg. Mein Gott, 8 Sterne, du kannst Bowser besiegen. Wir haben Bowser schon besiegt. Ich habe Angst vor Bowser. Aber wir haben ihn schon besiegt. Wir können Tüten bewegen. Mein Gott. Ich will mal ein Baum sein. Ein Galaxy Baum. Das ist traurig. Du kannst nachher versuchen, die Eule zu sein. Aber du musst zuerst den Turm erklimmen. Du schaffst das. Das war ohne zu sterben. Diese Münzen sind voll 3D aus. Nein. Ja. Das war schon knapp. Das war wirklich knapp. Ich meine, ich als Mario 64 Pro hier... Ich bin auf jeden Fall ein besser als Manu. Und darum gehe ich diesen Weg. Da gehen die Pflanzen. Du kannst sie verschieben. Du kannst dich auch von hier runter schießen lassen. Ja, das kann ich. Das kannst du sogar ganz gut. Du kannst sogar den Kanonendeckel bewegen, aber da ist da keine Kanone. Das ist so traurig. Du spawst erst, wenn es so offen ist. Warte, ich gehe mich hier rein. Danke. Das ist doch scheißegal, Mann. Kick. Kick. Easy game, die Pflanzen. So, A, um fortzubewegen und B, um rückwärts zu gehen. Es ist viel safer, so jetzt darüber zu gehen. Schnell. Nein. Mein Gott, du kannst in der Luft gehen. Was? Ja. Wie, wie OP. Was? Das ist auch voll OP, Alter. Was? Voll geil. Das hat was gebraucht. Du kannst auch gedrückt halten. Ich gebe mir das an. Ich langsgegigstabend. Aber schon. I. Warte, der kann mich doch eh nicht zerstampfen. Sicher. Ja, so nicht, nein. Ein bisschen mehr nach vorne gehen. Scheiße auf den Typ. Der Pfeil ist auch da. Achso, ich bin der Pflanzen, Mario. Beachtet mich, ich bin nur eine Pflanze. Du kannst doch der Lift sein. Nachher kannst du irgendwo umschweben als Lift. Oh, das ist die Pflanze hier. Das ist bestimmt toll. Oh mein Gott, was sind das für Karton-Texturen? Gib ihm. Gib ihm. Jetzt, jetzt geh hoch. Geh hoch. Ja. Fast. Das wäre zu gut gewesen. Das wäre echt, das war echt richtig lustig. Ich will doch mal, wo ist der Lift jetzt eigentlich? Oh, dir das One-Up, was da drin ist. Boxen. In die Wand reinboxen. Hier. Krasse Sache. Jetzt ist es so, als wärst du nie gestorben. Also, ich geh jetzt ganz langsam hier hoch. Du bist ein sehr guter Spieler. So ist es so, wie es von Nintendo erwartet wird. Ja. So wie es von mir erwartet wird. Wie, wie, dass man da runterfällt und genau in den Bullet Biller reingeht. Aber, wie passiert das schon? Alter, langt die Leute hier raus. Ja, ich will den Stern. Wo ist jetzt mein Geschenk? Rutscht so von oben rein und von da runter. Ich bin da. Das war wunderschön. Ich habe einen Stern bekommen. Seid ihr stolz auf mich? Ja. Ist geil. Hä? Was hast du jetzt getan? Ich hatte gerade zwei Kappen. Das ist geil. Shoot into the Wild Blue. Nein, Mann. Ich will jetzt den Older Skip machen. Nein, mach das nicht. Wieso nicht? Weil ich will nachher in die Rolle. Ah, ja, stimmt. Na gut. Oder mach du das nachher. Ich schaff das doch eh nicht. Mach ich jetzt den Kennenlässt. Aber keine Lust nachher, das auf die lange Art zu machen. Müsste man nämlich die Kanone öffnen. Wer will das schon? Deine Kapp. Nee. Nein. Bestie Light EU-Zentral. Baukauf. Es ist nicht diese Bombe, oder? Doch, es ist diese Bombe. Trotzdem, das kannst du von mir aus nachher gerne machen. Kannst du mit der Bombe in die Kanone gehen? Ich glaube, die kann dann so nicht runterfallen. Moment. Genau, ich muss sie so dringend in diese Richtung schauen. Alter, wenn die Bombe jetzt mitkommt, ne? Was? Ich bin hier unten. Was? Du siehst doch so von der Bombe aus. Ich kann nicht abschließen. Oh, was ist gerade passiert? Ich habe mich von der Bombe entfernt, glaube ich. Wie sie dann shoot away into the sky. Oder wie der Stern auch heißt. Das wäre auf jeden Fall witzig gewesen mit der Bombe. Und ich glaube, wir sind sicher viel zu leid. Ja, geh, hol den Stern. Du kannst den Stern so nicht holen, dann ist so weiter unten, glaube ich. Als ob. Du schwimmst ja in der Luft mit diesem. Mein Gott, diese Steuerung von der Pflanze. Ja! Wunderschön. Easy, wie heißt der Stern? Blast away the wall. Ja, natürlich. Das ist, glaube ich, der letzte Stern. Ich bring einfach rückwärts rein. Sky. Ja, das war der letzte. Du musst jetzt da den machen, der da links ist, wenn man den Kennenläs versaut. Der andere Kennenläs. Ich glaube, die Eule ist noch nicht enabled. Wieso denn nicht? Weil sie nicht will, weil sie es nicht möchte. Sag sie doch selbst. Geh als Bombe. Man kann ja nicht ab. Doch, wenn sie diese Richtung schauen. Scheiss egal. Ich gehe aus. Geh in den Schalter. Ich gehe als Schalter. Ist noch ein Schalter? Wir wollen weiter weg. Komm schon. Nein, nicht das Schild. Nicht das Schild. Ja! Nein! Fast. Wie halt so geile Skips gehen, die einfach so random sind. Alter, du hast das fast geschafft. Das wäre echt lustig gewesen. Wieso geht der nach oben? Gibt es irgendeine Erklärung dafür? Das Schild macht das auch nicht. Das Schild geht einfach irgendwo. Das ist die Box vielleicht? Nie im Leben. Der Hut ist zu hoch für die Runde. Ich blöse. Ja, easy. Dann mach den Wall-Jump hier. Oder gehen die Kanonen. Wo ist die Kanone? Rechts. Dort, wo ich gerade war, mit der Bombe. Achso. Versuch doch auch mit der Bombe reinzugehen. Weißt du, was auch geht? Du kannst die Kappe zu den Münzen werfen und sie sammeln sie ein. Wie in Addissee, Alter. Voll authentisch. Krasse Sache. Kase ist... Aber wer kommt auf so eine P-M-D-D-D eigentlich? Ja, Kase natürlich. Warum kann ich nicht auch so? Der Hase. Er ist doch... Er ist in der Mitte, oder? Der Schalter? Nein, der Stern. Der ist unten, aber du musst zuerst nach oben gehen. Ein bisschen mehr nach oben. Das wäre, hätte fast geklappt. Ja, dann... Ja, dann... Geh doch den schweren Weg. Das ist dein Leben. Dann lass ich mich nicht dein Leben. Ein bisschen mehr. Ja, gut. Ja, gut. Zum Glück war da nur unsichtbarer Wann. Danke, Bro-Dude. Okay, ich werde es schaffen. Mario fliegt zum Schalter direkt in den Schalter rein. Und mal so, dann würde ich sagen, etwa so und so. Ja, ja, adjustieren. Ja, genau so. So ungefähr, oder? Das war perfekt. Mach mal! Mach mal! Mach mal! Alter. Ah, ist sie so dumm? Ja, da. Ein bisschen halt in den Augen. Ja, mir doch zu! Nein! Sie kam, ich hab die Kappe abgeschossen. Da war, glaube ich, zu viel Wind für die... Alter, sie kam erst jetzt wieder zurück. Da war, glaube ich, zu viel Wind für die Kappe. Die Kappe ist ja von dem Bild wieder rausgekommen. Ich mach das jetzt wie so ein... So ein Sp... Oh, die Eule ist da! Mach, mach! Tja! Nein! Okay, komm mal, komm weiter hoch. Komm schon. Geil. Und jetzt? Geht das? Leicht. Es geht! Ich komm weiter hoch. Ich kann halt nicht steuern. Nein! Geh hoch! Ich war fast oben. Ich war fast ein bisschen weiter oben. Diese Geräusche kann ich halt aus. Geh weg! Nein! Was? Geh das mit dem Schmetterling? Es geht besser als mit der Eule. Nein! ich glaube es geht nein nein das kompliziert hatte ich glaube ich bin zu weit weg vom mikrofon mikrofon ich glaube es wir sollten das mal mehr nach vorne ziehen ich glaube es ist ziemlich leise kann das sein oder ist es ist hast du es ja nicht nein wir sind ziemlich scheiße das sind wir sowieso das bin ich auf jeden fall sowieso was ich glaube scheiß mal auf die eule weil die eule ist wack genauso wie ich gerade wie ich runtergefallen bin ich mache das jetzt auf die lustige weise was machst du genau ich habe doch eine kappe machen mit dem mittel was du welchen machen nein das wäre fast fast funktioniert so auf jeden fall eine geile idee das geht schon bestimmt bestimmt ja danke käppi bist wundervoll immer öpfelsaft nein nein der öpfelsaft ist leer ein scheiß bildschirmschoner verpiss dich war 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 kaum jetzt macht noch die 100 und roten münzen schaust du ich mag aber keine 100 und oder du machst shoot into the wild und die runden roten münzen macht mache ich einfach in einer separaten folge alle zusammen was für was was muss ich machen der stern ganz links den du vorhin schon verkackt hat das hat niemand gesehen aber wenn das so ist dann mache ich es einfach das hat niemand gesehen ich habe es gesehen das reicht das geht bestimmt auch mit käppi ok das geht nicht nein ich habe es geschafft ich bin in der eule aber jetzt habe ich vorhin schon geschafft speedrun strats ok scheiß mir auf die münzen macht die münzen ja genau machen du könntest die ich habe einfach anders du kannst die die roten münzen beim roten schalter palast und die jetzt aktiviert ist oder zwölf sterne hast er ist auf den schad ja sie macht die rutsche ich will rutschen gehen künstler ich gehe nicht so das schild ist es nicht gut es geht hier nicht so wirklich es ist schon wieder ein schalter geht da auch in die höhe ich sehe genau gar nichts geh mal schalter ja auch mal andere kamer er ja du bist auf dem schalter schau nach unten spring mal nach vorne einfach nein Oh Gott, das sieht aus wie Kaisermarion64. Nein! Was? Ja, ich mach einfach die Rutsche. Das war auf jeden Fall wunderschön. Das hat sich gelohnt. Okay, schaffst du es unter 12 Sekunden? Nee. Vielleicht? Du hast mir doch mal gezeigt. Ja, aber nicht so, du schaffst es nicht mehr. Okay. Oder unter 20 Sekunden. Oder überhaupt. Oder überhaupt, ja. Easy. Lass mich schnell das hier rocken. Rocken. Das sind wunderschöne Texturen. Nein, zu viel Schwung. Schlecht. Dann geh ich halt ne extra Runde. Nein! Ah, die Flässe. Noch ne extra Runde. Nee. Ich krieg jetzt Chips. Schlecht. Schlecht. Noi. Habt ihr Bock auf ne Textmessage? Ich hab keinen Bock auf ne Textmessage. Ich hab keinen Bock auf ne Textmessage. Habt ihr Bock auf runterfliegende Spiele? Ich schon. Ist das Breath of the Wild? Das ist Mario Kart. Mario Kart. Riesen. Riesen. Willst du die Schneewelt fertig machen? Ja. Oder willst du die Folge beenden? Und was haben wir denn für Zeit? 19. Komm, ein Fail-Stern von Niki geht schon noch. Ja, dann mach den nächsten Stern Elisabeth. Ich schau schnell, wie er heißt. Big Penguin Race. Schaffst du es, den Penguin zu besiegen? Vorwartung, wenn du ihn einnimmst, also wenn du in ihn gehst, dann verlierst du das Race höchstwahrscheinlich. Aber du konntest es auch gewinnen, aber ich würde es nicht riskieren. Ich tu es. Jetzt. Ich hab einen, einen Plan. Ein sehr, dass du zuletzt... Ein sehr, sehr guter Plan. Du gehst mit dem Penguin Leben. Das Penguin Race ist in dem Kamin. Ja. Ich weiß. Man kann mit dem nicht wirklich springen. Was macht der? Wieso gehst du jetzt dahin? Was macht der? Ich bin gut, was tust du. Easy. Dass du das jetzt geschafft hast. Ja, nein. Das war irgendwie klar. Aber du kannst ihn in ihn gehen. Okay. Wirst du das? Bist du bereit für den Kampf der Kämpfe? Easy, machen wir es gemeinsam. Easy. Easy. Du kannst ihn sogar steuern. Muss ich ihn steuern. Krass. Ja. Eigentlich nicht, aber du kannst es machen. Das ist schon lustig. Ja. Am Schluss fällst du so runter. Ja, ich weiß. Geh da rechts durch. Nein, nein, nein. Alter, das wär zu gut gewesen. Alter, das will ich nachher noch schnell probieren. Gibi. 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 Also wisst ihr, was mein Plan ist? Mein Plan ist, dass ich hier rausgehe und runterfalle. Runterfalle. Wie ich gesagt habe. Was hast du gesagt? Das war wunderschön. Aber ich glaube, ich glaube, ich habe meinen Plan verstanden. Und Manu wird ihn jetzt in die Tat umsetzen. Nicht wirklich, weil es nicht wirklich möglich ist. Aber ich werde den Stern einfach nicht holen und das andere machen. Nein, ich meine, du hast ja gesehen, wenn du raus springst, dann springst du nach vorne. Das heißt, wenn du auf dieser Eichfläche bist und raus springst, bist du vor ihm im Ziel. Aber du könntest theoretisch auch einfach in ihm bleiben und dann würdest du es wahrscheinlich auch gewinnen. Aber... Wieso kann ich ihn nicht steuern? Na gut. Also einfach R drücken und nach vorne drücken. Ja, einfach am besten so nah wie möglich vor dem Ziel, dass du es auch wirklich als erstes schaffst. Und nicht, dass du dann nachher hinter dem Ziel bist. Und nicht so früh wie du. Ja. Na gut. Ja, es hat funktioniert. Hat es? Ich musste nichts machen. Ha. Tja. 14. Schon wieder 7 Sterne mehr. Ja. Das ist auf jeden Fall ein passender Sender für die Folge. Schles? Vielen Dank fürs Zuschauen! Willst du sagen, wir sind jetzt mal auf Tal Wil? Nee. Doch hinter der Viertelstunde. Nein, nein, nein. Ich will... Fabi kommt ja dahin. Nein, nein. Fabi kommt ja dahin. Ja, na tut. Na tut. Ja, gut. Was wollen wir als Abschluss noch machen? Wir sind schon 22 Minuten. 22 Minuten. 22 Minuten. 22 Minuten. Ich bin mein Joes oder so. Bis zum nächsten Video. Oh, 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 oh. Tschüss. Jamie. Nee, nee. broke it up. Mus pack yourine an. Das passt.